Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur geflinkten Vermittlung von königlichem Wissen. In diesem Video zeige ich euch eine Partie von Robert Hübner. Er wird heute 72 Jahre alt, zu seinem Geburtstag, zu seinen Ehren. Eine Partie von einem der besten deutschen Schachgroßmeister aller Zeiten. Um genau zu sein nach Emanuel Lasker, dem einzigen deutschen Weltmeister, ist Robert Hübner eigentlich der beste deutsche Schachspieler in der Geschichte dieses Spiels. Er war in den 70er und 80er Jahren, 1970 und 1980, gehörte er durchgehend zu den besten Spielern der Welt, war sogar die Nummer 3 der Weltrangliste im Jahr 1981. Und er hat es auch mehrmals beinahe geschafft, sich für die WM zu qualifizieren. Er hat viermal im Kandidatenturnier gespielt und 1980 stand er sogar im Finale gegen Viktor Kortschneu. Ein unvergessliches Match für Schachhistoriker, für Schachliebhaber. Ich war dann noch etwas zu jung, ich habe das damals nicht verfolgt. Muss sehr, sehr spannend abgelaufen sein. Hübner führte sogar in der Mitte des Matches, brach aber das Match nach 10 Partien ab und Kortschneu wurde dann zum Sieger erklärt. Die genauen Umstände weiß ich jetzt nicht, habe ich nicht recherchiert, aber ich bin mir sicher, viele von euch, die schon lange dabei sind, wissen wir davon. Ich spreche auch die Älteren unter euch. Für mich, ich war damals zu jung. Ich habe ein paar Jahre später erst so richtig mit dem Schachspielen begonnen. Die Partie, die ich ausgesucht habe heute, ist aus dem Jahr 1974. Hübner spielt mit Weiß, mit Schwarz spielt Julio Kaplan. Kaplan, damals ein sehr starker Spieler und die beiden hatten sich auch sieben Jahre davor schon getroffen bei der Junioren-Weltmeisterschaft. Die Kaplan gewann und da gewann auch Kaplan die Partie. Hier in diesem Turnier, diese Partie ist aus einem Turnier in Houston aus dem Jahr 1974. Übrigens habe ich gesehen, hat diese Partie auch Robert Hübner selbst analysiert, kommentiert in seinem Buch 25 Annotated Games. Auf Deutsch ist wahrscheinlich meine 25 analysierte Partien. Ich weiß nicht genau, ehrlich gesagt. Gehen wir mal rein. Hübner beginnt die Partie mit D4. Springer F6, Springer F3, G6, C4, Läufer G7, Springer C3, Ruchade, E4, D6. Das ist die königsindische Verteidigung, die Hauptvariante. Läufer E2, das klassische System. Läufer E2, E5. Schwarz attackiert das Zentrum auf. D4, das ist der Hauptzug mit E5 hier zu spielen. Hübner spielt Ruchade. Und hier lautet der Hauptzug Springer C6, womit man D5 provoziert, um dann das Zentrum abzuschließen und den typischen Plan zu beginnen, am Königsflügel anzugreifen mit Schwarz. Man zieht den Springer zurück und dann spielt man hier F5 und will am Königsflügel attackieren. Jetzt wo das Zentrum geschlossen ist, hier ist eine Angriffsmarke. Wer mehr über die königsindische Verteidigung erfahren möchte, dem empfehle ich mein Video, meinen Überblick über die königsindische Verteidigung. Dieses Video habe ich hier schon vor Monat mal veröffentlicht. In dieser Partie allerdings spielt der Kaplan nicht Springer C6 in den Hauptzug, sondern C6. Hier hat Weiß verschiedene Optionen. Er kann die Spannung im Zentrum aufrechterhalten, aber es ist auch sehr logisch, mit D5 fortzusetzen, was Hübner gemacht hat, um Raumvorteile im Zentrum für sich zu beanspruchen. Ganz, ganz typische Bauernstruktur, die jetzt hier entsteht C schlicht D5, C schlicht D5 und hier hat Weiß Raumvorteil durch den Bauern auf D5 im Zentrum. Das sind so typische Stellungen, die der Computer heutzutage immer als besser für Weiß bewertet, einfach wegen dieses Raumvorteils. Hier, denke ich, wäre es jetzt das Beste mit Sofortspringer Yacht zu spielen, um das Gegenspielen unverzüglich am Königsflügel zu suchen. Schwarz spielt aber Springer A6, das ist auch ein logischer Zug, genauso wie Springer BD7. Den Springer entwickeln, dieser Springer strebt in der Regel über diese Routen halt auf das Feld C5. Also Springer A6. So, was spielte Weiß? Springer D2. Gruppiert den Springer nach C4 um, deckt auf dem Weg dahin den Bauern E4. Und dadurch wird Springer C5 so ein bisschen auch der Zahn gezogen, weil hier könnte der Springer einfach mit B4 sofort wieder vertrieben werden. Das ist diese, deswegen war Springer D2 so gut, weil es natürlich auch prophylaktisch den Bauern auf E4 deckt. Na, weil nach Springer A6 war die Idee von Schwarz Springer C5 mit Tempo hier angreifen und dann eventuell mit A5 hier das Feld den Vorposten auf C5 abzusichern. Das ist so eine der Ideen. Deswegen Springer D2 hier, ein schöner Zug. Ganz typisch. Springer E8 von Schwarz. Wie gesagt, bei diesem geschlossenen Zentrum hier strebt Schwarz sofort das Gegenspiel am Königsflügel an. Springer C4, F5, F3. Ganz typisches Spiel bisher. Weiß möchte seine Bauernkette intakt halten. Deswegen spielt er F3. F4. F4 hat Vor- und Nachteile. F4 gewinnt Raum am Königsflügel für Schwarz und bereitet halt diesen typischen Angriff vor am Königsflügel, indem man einfach die Bauern laufen lässt und auf typische königsindische Manier angreift. Der Nachteil ist aber, der Druck gegen das weiße Zentrum ist nicht mehr vorhanden. Vorher greifen wir hier den Bauern E4 an, jetzt aber nicht mehr. Dadurch hat weiß natürlich eine sehr schöne intakte Kette von G2 bis nach D5, die ihm schönen Raumvorteil sichert. A4 von Weiß. Weiß konzentriert sich in der Regel auf das Spiel am Darmflügel in solchen Strukturen. G5. Hier eine sehr interessante Situation. Wir schreiben ja das Jahr 1974. Damals war die Theorie in der Königsindischen Verteilung noch nicht soweit fortgeschritten. Heute wissen wir natürlich deutlich mehr über diese Eröffnung. Das liegt auch daran, dass die Computer natürlich auch mit der Zeit immer neue Bewertungen liefern, immer neue Ideen. Hier spielt er jetzt hier Hübner Springer B5. Das ist sehr, sehr logisch, weil dadurch der Druck gegen den schwachen Bauern D6 erhöht wird und schwarz gezwungen ist, mit zwei Figuren diesen Bauern zu decken. Sehr interessant in dieser Stellung ist allerdings König H1. Hier ist ein typischer Zug für Schwarz. Turm F6, ähnlich wie in der Partie, um den Turm über die sechste Reihe zum Königsflügel zu führen. Und jetzt aus weißer Sicht Turm G1 hier. Und ich habe hier einfach mal H5 eingegeben und dachte mir, guck mal was passiert. Laufher D2, G4 und hier auf den Angriff von Schwarz kommt ein Gegenangriff am Königsflügel von Weiß und zwar hier mit G3. Das ist sehr, sehr interessant. Das habe ich selbst am eigenen Leib schon mal erfahren müssen gegen einen Großmeister, dass er auch sich so aufgebaut hat mit Weiß und sagte, du willst mich angreifen am Königsflügel? Nö, ich mache einen Gegenangriff am Königsflügel und öffne selbst die G-Linie und das kommt dann mir zugute. Und das in der Tat, wenn man hier zum Beispiel Stockfisch befragt, Stockfisch 12, der sagt hier, dass Weiß auf Gewinn steht. Das ist natürlich, ja, aus menschlicher Sicht vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist natürlich ein starkes Indiz dafür, dass diese Stellungen hier eigentlich objektiv deutlich besser sind für Weiß. Gut, in der Partie spielt der Hübner Springer B5. Turm F6 von Schwarz und der schwarze Plan ist offensichtlich. Er möchte den Turm hier postieren, dann H5, G4 spielen und en passant deckt der Turm auch den Bauern auf D6. Hier ist König H1 immer noch eine interessante Idee, eine gute Idee. Hübner spielt aber hier G4. G4, ähnlich wie König H1 argumentiert, hier Weiß, nee, ich möchte den schwarzen Angriff stoppen. Ich möchte nicht, dass er da angreift und ich schiebe selbst ein Bauen auf der G-Linie vor und blocke so ein bisschen die schwarzen Absichten. Hier reagiert man aus meiner Erfahrung her hauptsächlich mit H5, H3, Turm H6 und versucht dann ein Spiel auf der H-Linie aufzuziehen. Problem ist aber hier, die schwarzen Figuren stehen nicht gut genug, um einen Angriff auf der H-Linie zu unterstützen. Dementsprechend hier kann ich verstehen, dass Kaplan nicht H5 gespielt hat. Oder Kaplan, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Julio Kaplan. Julio ist ein Spanier. Ich glaube, der kommt aus Lateinamerika. Egal. F schlicht G3 hier. Er nahm en passant raus auf G3. Er wollte die Stellung öffnen. Problem aber hier, Weiß hat die Wahl. Er kann den Bauern G5 nehmen oder den Bauern G3. H schlicht G3 ist völlig okay. Hübner spielt aber Läufer schlicht G5. Warum auch nicht? Greift den Turm an, fesselt ihn auch und dahinter steht die Dame. Was hat er sich schwarz dabei gedacht? Natürlich hat er das gesehen, dass da ein Bauer hängt. Der lässt ja nicht einfach, opfert ja nicht einfach sinnlos die Qualität. Nö, er hatte hier Dame D7 geplant und sagt, komm, den Turm kannst du haben und wenn Weiß hier den Turm nimmt, dann kommt Dame H3 und dann haben wir schon ein Remis, weil hier droht Matt auf H2 und das Beste, was man jetzt machen kann, ist dieses Dauerschach zuzulassen. Schach, König A1, Schach, König G1, Dame G3 und dann wird es Remis durch Zugwiederholung. Nach Dame D7 spielt der Hübner allerdings H schlicht G3, nahm den Bauern raus. Turm G6 greift den Läufer an. Läufer H4, der Läufer deckt hier den Bauern. Und wir sehen schon jetzt so langsam, Hübner bereitet die Evakuierung des Weißen Königs vor. Der steht natürlich relativ offen hier, aber er hat jetzt hier Fluchtmöglichkeiten. Es ging hier weiter mit Läufer F6, greift den Läufer an, droht auch den Läufer zu schlagen, aber Hübner bleibt total cool, spielt König F2, zieht den König aus der G-Linie. Läufer schlicht H4, G-Schlicht H4, Dame H3. So, das sieht schon nicht ungefährlich aus. Hier ist eine Dame, hier greift noch ein Turm an, aber das war es auch schon. Weitere Figuren greifen hier nicht an und der Weiße König kann problemlos fliehen. Es kam jetzt hier Turm H1, ein starker Zug, greift die Dame an, zumal die Dame ja auch den Bauern H4 angegriffen hatte. Es ging hier weiter mit Dame G3, Schach, König E3 und hier merkt man schon, als erfahrener Spieler, ich meine, ich habe solche Stellungen natürlich schon häufig gesehen, diese Evakuierung des Weißen Königs bei geschlossenem Zentrum, so wie hier, ist nichts Unübliches. Das mag vielleicht für viele von euch ungewöhnlich aussehen, dass der König freiwillig aus seinem Versteck rennt, aber bei geschlossenen Strukturen hier im Zentrum, beim geschlossenen Zentrum und das haben auch Partien von den Super Engines gezeigt in den letzten Jahren, Alpha Zero, Lila Zero, Stockfish, da kann man auch den König im Prinzip einfach da stehen lassen, der ist da sicher und häufig sicherer als auf einem der Flügel. Es ging hier weiter mit Läufer D7, König D2, Hübner setzt seine Evakuierung fort, Springer C5, H5 greift den Turm auf G6 an, der geht zurück nach G7, Turm G1. Wir sehen, Hübner hätte nichts dagegen, hier die Damen zu tauschen, also Schwarz könnte jetzt auch hier die Damen tauschen, aber Weiß hat einen Bauern mehr in diesem Endspiel und würde natürlich hier sehr gute Gewinnchancen haben, zumal hier auch der Bauer D6 auch hängen würde und danach auch eventuell auch der Bauer. Also Schwarz kann sich den Damen tausch nicht leisten, Kaplan spielt Dame F4 Schach, greift den König an, der zieht wieder weiter. Wir sehen, der König ist von G1 inzwischen auf C2 gelandet, Springer schlicht A4 hier von Schwarz. Objektiv steht Weiß hier übrigens auf Gewinn inzwischen, Springer schlicht A4, aber wie ich auch schon häufig gesagt habe, Königsinnisch-Partien, da kann immer was passieren, da ist immer was los, da ist immer Chaos auf dem Brett und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man da noch einiges drehen kann. So, die Idee von Springer schlicht A4 war natürlich Turm schlicht A4, Läufer schlicht B5, das wollte Weiß nicht und Hübner nahm jetzt auf D6 den Bauern, das ist natürlich ein wichtiger Bauer hier, Springer B schlicht D6. Aus dem ganz simplen Grund, weil jetzt hat Weißchen gedeckten Freibauern auf der D-Linie, der sehr, sehr stark ist im Endspiel. Schwarz spielte B5, greift hier den Springer an, deckt den Springer auch nochmal, Springer schlicht D8, greift hier den Turm an, Läufer schlicht D8, Springer D6, greift hier den Läufer an, beziehungsweise Liebäugelt mit Springer F5 plus greift auch diesen Bauern an, zusammen mit dem Läufer. Wir sehen, der König steht hier sperrangelweit offen, aber tatsächlich steht er trotzdem relativ sicher. Schwarz nahm man den Bauern auf F5 raus, materiell ist sogar Gleichgewicht inzwischen, aber auch nicht mehr lange. Turm schlicht G7, Schach, König schlicht G7, Läufer schlicht B5. Wir sehen, der Springer ist zweimal angegriffen und Weiß hat wieder einen Bauern mehr, aber auch hier wieder nicht lange, Läufer schlicht F3. Also wir sehen, hier musste einiges berechnet werden und Hübner ist auf der Höhe hier. Er berechnet eigentlich alles ganz gut und hat auch nirgends einen Fehler eingebaut. Dame G1 Schach. Ich habe die Partie natürlich mit, ich prüfe immer die Partie mit der Engine, ist halt klar, mit Stockfisch 12 in der Regel. König A8 und jetzt Turm schlicht A4 und plötzlich hat Weiß eine Figur mehr. Das hatte Kaplan wahrscheinlich auch alles vermutet und es hat sich darauf eingelassen, weil er positionell aber so schlecht stand, strategisch, dachte er sich, er muss was opfern, damit er hier irgendwie noch Chaos schafft und versucht, den Weißen König, der hier offen steht, zu überrumpeln. Es ging hier weiter mit Turm G8, greift die Dame an. Die Dame schlägt den Bauern auf A7, ein schöner langer Damenzug, immer ästhetisch, wenn die Dame über das gesamte Brett zieht. Turm G2 Schach, König B3, der König läuft weg. Hier ist es vorbei, es gibt nicht wirklich noch, also aus menschlicher Sicht würde ich sagen, Läufer D1 muss man sich anschauen, Schach, König läuft nach vorne, Dame D2 Schach, König C5, Läufer schlicht A4, Dame schlicht A4, aber hier sieht man, also der Weiße König versteckt sich problemlos hier am Damenflügel. Er ist ja auch umzingelt von eigenen Figuren und das, was hier entscheidet, ist letztendlich auch dieses Schach hier, den Schwarzen König anzugreifen plus dieser Bauer hier, der ist extrem stark. Wobei hier würde ich sagen, hätte man noch eventuelle praktische Probleme stellen können, weil Schwarz verfügt auch über einen Freibauer. Das sieht für mich ein bisschen schwieriger aus für Weiß, praktisch betrachtet als dass das in der Partie kam, auch wenn Weiß hier auch auf Gewinn steht. In der Partie probierte Kaplan, Turm schlicht B2 Schach. Greift hier den König an, opfert den Turm. Das Ding ist, Weiß könnte den Turm sogar nehmen, aber Hübner spielte König A3 und Dame C1 und jetzt kommen wir natürlich zu einer schönen Stellung. Er hat ja wirklich gut gerechnet, das muss man sagen, ganz klar, weil hier droht Schwarz Schachmatt in einem Zug, dieses typische Treppenmatt hier, mit den zwei Schwerfiguren hier, aber Weiß ist dran und setzt den schwarzen König matt. Ihr könnt ja gerne pausieren und gucken, ob ihr das findet. Gut, das dauert jetzt ein bisschen, da sind schon ein paar Züge, 6, 7, 8 Züge sind das schon, aber man kommt im Prinzip auch so ein bisschen durch da drauf, indem man die Züge einfach ausführt. Dame B8 Schach, König G7, Turm A7 Schach, wir sehen beide weiße Schwerfiguren greifen an, König A6, Dame F8 Schach, König muss weglaufen, Dame F5 Schach, Turm G7, Schach geht ein bisschen schneller, aber egal, Dame F5 Schach, König H4, König H6 ist Turm schlicht H7 Schachmatt, König H4 stattdessen, Turm schlicht H7 Schach, König G3 und hier Turm H3 Schach und Schwarz gab auf. Er wird forciert matt gesetzt. Wir können ja die Variante nochmal zu Ende spielen. Der König versucht wegzulaufen hier, aber am Ende ist es matt. Hier, ne, auf D3, wenn ich mich nicht vergucke. Ja, das Programm hilft mir auch, sagt Matte. Da haben wir die 3 Schachmatt. Der Turm kontrolliert hier die Grundreihe. Ja, eine, ich sag mal so, qualitativ würde ich jetzt sagen, war das jetzt nicht so unglaublich bedeutende Partie, aber es war eine sehr, sehr ästhetische Partie, sehr schöne Partie, in der einfach dieses ungewöhnliche Weglaufen mit dem König, ne, nett, schön anzuschauen ist. Interessant ist auch, wie man natürlich in solchen geschlossenen Strukturen, was da, da gelten andere Regeln als in offenen Strukturen. Wenn das Zentrum geöffnet ist, dann kann ich mit dem König nicht in die Mitte laufen, das ist völlig unmöglich und die meisten Stellungen sind ja offen, ne, und in den meisten Stellungen läuft man auch nicht mit dem König in die Mitte, aber bei so einer geschlossenen Struktur, und das ist wichtig auch für euch als instruktiver Inhalt, kann man mit dem König aus der Ecke weglaufen, halt wenn man angegriffen ist, ne, und das hat hier Hübner einfach sehr, sehr gut gemacht, souverän gewonnen. Ich habe mir natürlich auch andere Partien von ihm angeschaut, für heute Dach, aber ich habe jetzt diese ausgesucht zu seinem Geburtstag, ich werde aber in den nächsten Monaten mit Sicherheit noch andere Partien von ihm zeigen, weil da sind wirklich einige Schmuckstücke bei und richtig, richtig geile Partien, man kann sehr, sehr viel von ihm lernen, halt. Und wie gesagt, einer der besten deutschen Spieler aller Zeiten und es wurde Zeit, dass ich auch mal eine Partie von ihm hier zeige, ich hatte nämlich noch keine Partie von Robert Hübner auf diesem Kanal gezeigt. Liegt natürlich auch daran, er ist nicht mehr sonderlich aktiv, er hat in den letzten Jahren, glaube ich, nur noch unterklassig hier und da mal gespielt, ich lasse mich nicht lügen, ne, aber er ist immer noch bombenstark, ne, hat aber auch Simultanveranstaltungen, habe ich ihn hin und wieder mal gesehen und er ist immer noch bombenstark, könnte locker auch noch in der Bundesliga spielen. Ja, aber mit 72 Jahren ist klar, dann spielt man natürlich nicht mehr so viel Schach noch. Gut, ich hoffe, die Partie hat euch gefallen und ich hoffe, dann sehen wir uns hier bald wieder auf The Big Ring.